Hallihallo und willkommen zu einer weiteren Folge nether, bzw. die vierte, fünfte, sechste, siebte, ich weiß es gar nicht, vier hatte ich glaube ich davon, dann ist es die fünfte, denn das ganze hat euch ja glaube ich ganz gut gefallen, so wie ich gesehen habe, so von den Klicks her war es jetzt nicht so schlecht, und mir hat das Spiel auch sehr gefallen, deswegen dachte ich mir jetzt mal wieder so zur Abwechslung nach State of Decay, machen wir jetzt wieder ein bisschen nether, dann wieder State of Decay, switchen da ein bisschen rum, hoffentlich bald auch weiter. Und ja, heute auf jeden Fall, wie gesagt, erstmal nether, wir wählen unseren Charakter aus, denn wir sind ja das letzte Mal verreckt, seit dann habe ich auch nichts mehr gemacht an dem Spiel, deswegen habt ihr auch nichts verpasst, ich bin euch nicht voraus oder so, ich bin der gleiche Kacknapp wie davor auch noch, ihr seht schon ein bisschen hat sich hier irgendwie was getan, oder kommt mir zumindest so vor, wir machen so einen Mexikaner, oder? Mexikaner, ach da gibt es verschiedene, oh, ne, oh jetzt hat es mir alles, Mexikaner wieder. Das, da kriegst du, so. Genau, äh, jetzt sehe ich gerade, hier war doch letztens noch mehr, da muss man die Slots irgendwie kaufen jetzt, keine Ahnung wie das funktioniert. Ähm, es sind auch ein paar Patches rausgekommen seit dem letzten Mal, ein ganz großer noch einmal, und dann ganz viele kleine, so wie ich es mitbekommen habe. In den Einstellungen hat sich auch ein bisschen was geändert, nur, er hat mir das alles wieder weggemacht, machen wir das mal an. Anti-Alazing, ja, lass mal weg. Passt das so? Habe ich eigentlich vorhin auch schon mal gedrückt. Äh, äh, Ja, Waffe, haben wir nur unser kleines Messer. Äh, und ja, wir starten wieder von vorne, schauen mal, was sich so getan hat in der Welt. Ich hoffe, da klappt auch alles. Ah ja. Sind schon drinnen, äh. Jetzt überlege ich gerade, ob sich dieses verschwommen Zeug da ausgemacht hatte mit Absicht. Einen Augenblick. Ich weiß noch nicht, was es davon war. Ah ja, ich glaube, das ist ein bisschen besser fürs Let's Playen. Äh, Die Maus ist noch ein bisschen flott, kann man die hier umstellen? Ah ne, das war ja das Problem. Ihr seht ja, es sind immer noch nicht so viele Optionen dazugekommen. Äh, man kann noch nicht großartig was einstellen, aber, ja, sollte schon irgendwie gehen. Hoffe ich zumindest. Äh, ich hoffe, ihr kriegt nicht wieder hier die, die Kotze, die Kotzerei. Und, wow, Notre Dame. Sieht nur Notre Dame so aus. Sieht zumindest irgendwie da raus. Wir schauen mal, äh, was sich hier auf der Map so an sich getan hat. Ah, okay. Es ist immer noch die gleiche Map, also ist noch nichts Neues dazugekommen. Außer, dass die Safe Zone jetzt hier ist. Die war das letzte Mal hier, oder? Ne, ne, ne. Stimmt, stimmt, stimmt. Ich bin ja das letzte Mal hier irgendwo gespawnt, rumgedackelt, dann über die Brücke, hier entlang. Und dann irgendwie, naja, hier. Äh, zur Safe Zone. Dann sind wir hier ein bisschen raus, wieder rein und sind dann krepiert. Diesmal sind wir hier unten links. Äh, hier haben wir einen Außenposten. Die können, den könnten wir auch eigentlich mal besuchen. Äh, also. Ah, geht da auch mit der Maus. Äh, wir schauen da einfach mal, glaube ich, hin. Hallo, Maus? Ah, da bist du wieder. Bisschen verbuggt ist es noch. Äh, ich weiß auch gar nicht, äh, ganz was dazugekommen ist jetzt mit den Patches. Äh, es sieht auf jeden Fall recht hübsch wieder aus, finde ich. Äh, ich weiß nicht, ob das Gebiet jetzt so special ist, oder ob die allgemein was geändert haben. Und da ist schon so ein dreckiges Ding. Ähm. Vielleicht. Adam hört Schüsse. Soll ich mal der Assi sein, der da einfach hingeht? Ja, wir sind, wir sind gerade frisch gespawnt. Wir können da noch rüberrennen. Oh Gott. Lauf, Anna, lauf. Boah, sieht das geil aus hier. Uh, uh. Oh, oh. Oh, oh. Oh Gott. Reck jetzt. Oh Gott. Okay. Okay, okay. Wo ist denn der Kerle, der da gerade war? Fuck, hat es mich gerade gerissen? Okay, das ging ja mal ganz schön schnell. Äh. Ja. Wir machen einen neuen Charakter. Oh Gott. Okay, das war ein bisschen viel Action von Anfang. Äh, ja. Einfach ohne Umwege wieder rein. Puh. Aber wir sind gar nicht so weit weg gespawnt von dem Spaß. Äh. Da, in die Richtung war der. Okay. Äh, wir gehen einfach weg. Wir ignorieren das. Äh. Wo sind wir hier? Ja, gehen wir mal nach da oben. Ich habe auch wieder einen leeren Server ausgewählt mit Absicht. Also, 17 Spieler heißt wieder leer. Ähm. Ist aber anscheinend nicht leer genug. Gehen wir oben rum oder unten rum? Oben ist immer schlecht, da sieht man einen. Stealthen uns hier durch. Hätten mich dieses scheiß Viech da vielleicht vorher nicht angegriffen, hätten wir ihn vielleicht klatschen können. Gab es hier einen Rechtsklick? Ne, nur Linksklick. Also, ich weiß nicht, ob sie jetzt grafisch was getan haben mit dem ganzen Buschzeug, weil irgendwie so viel war das letztens noch nicht, oder? Jetzt kann man sich echt schon richtig gut verstecken. Den Kerl habe ich auch gerade gar nicht gesehen gehabt. Der hat sich auch ganz klug eigentlich hingestellt, gell? Was ist denn hier oben jetzt, ey? Jetzt habe ich zuerst ein paar Lauf, als man gesehen wird oben. Jetzt laufe ich oben rum. Lugar am Glück. Ganz glück. Äh. So. Wo gehen wir denn hin? Ich hätte es immer noch nicht geschafft, Pedel oder Markus zu überreden, sich das zu kaufen. Dann wäre es vielleicht ein bisschen einfacher in der Gruppe. Hat man natürlich wieder das Problem, dass da immer einer verrecken kann. Oh, Loot war ja so rar hier. Ich hoffe, die machen auch bald mal irgendwie ein Crafting-System rein. Aber ich weiß gar nicht, ob es schon eins gibt, vielleicht. Äh. Also, das mit dem Graszeug gefällt mir echt. Das sieht echt hübsch aus. Kann man nichts sagen. Uh, wie sieht das hier im Arsch aus alles? Äh. Aber es ist auch ein bisschen nebliger, als das letzte Mal. Ich hoffe, das ist zu unseren Gunsten. Äh. Loot, Loot, Loot. Kinderwagen da. Mal schauen, ob ich da Schaden kriege. Ah, nein. Okay, sowas geht also. Da kann man sich echt gut verstecken. Gibt es eigentlich ne Außenansicht? Nicht wahrscheinlich. Komm schon, irgendeine Waffe oder so. Ich habe in einem Video mal gesehen, dass man zu diesen Zelten natürlich soll, wie auch in Daisy Military Loot abstauben. Ich glaube, wir müssen da mal hin. Wäre auch geil, wenn sie so Zombies einbauen, so so, die aussehen wie die Witches von Left 4 Red, die dann mit so einem Kinderwagen in der Gegend herumfahren. Das wird bestimmt eins Psycho aussehen. Vielleicht zu Psycho. Da wird das Spiel ab 18 oder gar nicht freigegeben. Oh Gott, ne, das ist ein Meerbüscher als das letzte Mal. Das sieht echt krass aus. Ich sehe hier gar nichts. Diese Blätter, die da rumfliegen, machen mich schon wieder voll gaga. Ich weiß jetzt gar nicht eben, ob man... Das ist jetzt so ein verlassener Außenposten, oder? Ah, ne. Der ist hier erst. Ob man die auch einnehmen kann oder ob es immer nur einen geben kann. Dass wenn einer fällt, dass man dann einen anderen einnehmen kann oder so. Wäre auch mal interessant. Äh, da kann man auf jeden Fall schon mal hoch. Ich glaube, wir gehen da rein. Das letzte Mal habe ich recht lange überlebt in einem Haus. Oder ich schaue hier rein. Das ist halt immer so die Frage. Ich gucke mal, ob man da vielleicht irgendwie reingucken kann. Man kann das Zehen immer noch nicht umbeinden. Ich hätte es gerne auf String. Huh. Sieht ganz schön sicher aus, wenn ich... Okay. Äh, Haus. Das hier. Läuft da was rum? Na. Äh, oder das hier. Ich glaube, ich gehe mal hier rein. Schauen wir mal, ob wir hier so Stealth-mäßig hier drüber kommen. Ne. Können wir einfach durchlaufen. Auch gut. Hallo? Hallo? Niemand zu Hause? Oh, ein Zug. Das ist gut. Riecht nach Loot. Also ich habe jetzt das Gefühl, die haben grafisch was geändert. Wie gesagt, ich habe da ein bisschen was verpennt. Äh, habe jetzt gar nicht nachgeschaut in Patch Notes, was sich getan hat. Und dann habe ich einfach direkt gestartet und losgezockt. Sieht aber auf jeden Fall ein bisschen detailreicher aus, weil das letzte Mal hatten wir noch so Gebiete, die recht leer waren. Ich weiß seitdem nicht, ob das jetzt gerade Zufall ist, dass ich in einem Gebiet bin, was schon fertig ist. Aber gefällt mir. Und wir haben Zelte gefunden. Perfekt. Ich hoffe, hier wohnt nur niemand. Blatt ist leer. Ich hoffe, ich höre die Schritte von anderen Leuten. Ähm, ich habe jetzt auch den Soundgarten ein bisschen lauter gemacht. Hoffe ich zumindest. Äh, dass ihr da ein bisschen mehr hört. Äh, aber trotzdem mich noch einigermaßen versteht. Auch wenn mein Palabe immer ein bisschen scheiße ist. Oh, komm schon. Hier gibt es gar keinen Loot. Das gibt es doch nicht. Kommt man hier raus? Ah, nee, das ist ja schön.